In 20 Jahren hat sich der Wert der Handelswaren verfünffacht. Im vergangenen Jahr wurden international etwa 150 Millionen Container gehandelt. Das entspricht dem Volumen von knapp 2000 Cheops-Pyramiden. Oder dem Gewicht von 1,5 Milliarden Tonnen Jeans, Computern, Weizen, Stahl oder Autoteilen. Alles, was irgendwo auf der Welt billig produziert werden kann, wird gekauft und quer über den Globus verschifft. 2010 wurden allein im Hamburger Hafen 120 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Doch die Rahmenbedingungen der Globalisierung ändern sich. Neue Technologien schaffen neue Produktionsmöglichkeiten. Sogar im ländlichen Raum. Wir sind im Bremer Land. Seit über 400 Jahren werden diese Felder und Wiesen von Familie Schäfer bewirtschaftet. Früher hatten sie Milchkühe, Schweine und Weizen. Doch vor einigen Jahren beschloss Bauer Schäfer, sein Geld nicht mehr mit Vieh und Getreide zu verdienen, sondern mit Biogas. Er investierte in zwei Biogasanlagen und erzeugt jetzt statt Lebensmitteln Elektrizität. Wenn man für einen Doppelzentner Weizen unter 8 Euro bekommt, dann muss man einfach aus die Lebensmittelproduktion aussteigen, wenn man überleben will. Heute dienen Mais und Zuckerrüben als Grundstoff für die Stromproduktion. Ein gutes Geschäft. Doch Lebensmittel verbrennen, selbst wenn dadurch das eigene Überleben gesichert wird, ist für jeden Bauern schwer. Immerhin, dreieinhalb Millionen Kilowattstunden Strom werden hier im Jahr produziert. Mit der Abwärme beheizt Heinrich Schäfer sein Haus. Der Rest der Energie verpuffte lange in der Atmosphäre. Heinrich Schäfer überlegte, was er mit der ungenutzten Abwärme der Biogasanlage machen könnte. Eine ungewöhnliche Idee machte ihn wieder zum Lebensmittelproduzenten. Kostenlose Wärme hat Bauer Schäfer wie gesagt genug. Und seine alte Maschinenhalle, in der früher Traktoren und Landmaschinen standen, bietet viel Platz für ein waghalsiges Experiment. In einer Holzkonstruktion wachsen auf mehreren Ebenen tropische Tigergarnelen in Salzwasserbecken. Die alte Halle ist gut isoliert, damit sich die heiße Luft aus der Biogasproduktion nicht sofort verflüchtigt. Schließlich sollen sich die Schalentiere, die ursprünglich aus dem Pazifik kommen, auch in Norddeutschland wohlfühlen. Wir haben ja die Wärme als Abfallprodukt aus der Biogasanlage zur Verfügung. Und das war ja eigentlich auch unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, die Wärme, die da zwangsläufig entsteht, sinnvoll zu nutzen. Und so sind wir dann bei der Garnelige Landung. Das sind ja tropische Tiere. Das sind tropische Tiere und die fühlen sich natürlich bei dieser Temperatur pudelwohl. Mehr als 170.000 Tiere tummeln sich bei 31 Grad Celsius und über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit in den übereinander liegenden, seichten Wasserbecken. Oben die kleinsten und unten die größten. Futterrückstände und die Ausscheidungen der Garnelen müssen sorgfältig aus dem Wasser gefiltert werden. Pro Tag werden 500 Liter Frischwasser zugeführt und mit Salz versetzt. Das entspricht der täglich verdunsteten Wassermenge. Sonst wird jeder Tropfen Wasser nach einer Filterung im Kreislaufsystem wiederverwendet. In Südostasien sterben bis zu 50 Prozent der empfindlichen Tiere an Infektionen, trotz Dauereinsatz von Antibiotika. Bauer Schäfer und sein Sohn Marco haben es ohne Medikamente geschafft, die Überlebensrate ihrer Garnelen auf über 70 Prozent zu steigern. Was machen die norddeutschen Bauern besser? Ihr Geheimnis liegt im Wassermanagement. Wissen, dass sich Marco Schäfer an einer Universität in Texas angeeignet hat. Der Marco war ja nun auch nicht ganz umsonst lange Zeit in Texas und hat sich über die Garnele ein gewisses Wissen angeeignet. Und ohne dem würden wir das nicht bewerkstelligen können. Es ist also sehr schwierig, mit diesen Tieren umzugehen. Die tropischen Schalentiere überleben nur dank einer ausgewogenen Mikrobiologie im Wasser. Garnelen scheiden ihr Futter schon nach 20 Minuten verdaut wieder aus. Deshalb sind sie auf Bakterien angewiesen, die ihre Exkremente fressen und das Wasser schnell wieder reinigen. Das ist jetzt ein Kunststoffgranulat mit einer sehr hohen Oberfläche. Und darauf haben wir eine Mikrobiologie angesiedelt, die uns dabei unterstützt, das Wasser in einer Qualität zu halten, in der die Garnele sich wohlfühlt. Wir setzen in keiner Weise Antibiotika oder irgendwelche Medikamente ein. Das können wir auch gar nicht, weil wir diese Mikrobiologie erhalten müssen. Mit Antibiotika wird wir sie abtöten. Hier liegt das Geheimnis, warum Bauer Schäfers Garnelen nicht krank werden. Sie leben in einer perfekten Symbiose mit den Mikroorganismen im Wasser. Nach zwei Jahren Tüftelei und etlichen Fehlschlägen schaffen die Bremer Garnelenbauern eine Jahresproduktion von acht Tonnen Garnelen. Jede Woche liefern sie in ganz Deutschland bis zu 200 Kilo aus. Der Erfolg findet Nachahmer. Fünf weitere Zuchtanlagen sind bereits in Deutschland in der Planung. Bauer Heinrich Schäfer hat der Globalisierung mit einer Idee ein Schnippchen geschlagen. Er kann das Kilo Garnelen für 39 Euro verkaufen. Seine Nische beschert ihm satte Gewinne. Wenn man in der Landwirtschaft zukunftsfähig sein will, dann muss man sich was einfallen lassen. Und sei es eine Nische, so wie wir uns einfallen lassen haben, mit der Garnele. Also das ist unumgänglich. Welchen Stellenwert haben Ideen und technologische Innovationen eigentlich im globalen Wettbewerb? Wir wollen es genau wissen. Am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe analysiert der Wirtschaftsingenieur Steffen Kinkel seit Jahren den Erfolg deutscher Unternehmen in der globalen Wirtschaft. Man braucht einen sogenannten Competitive Advantage, einen Wettbewerbsvorteil. Den wird man als industrialisiertes Land nicht nur bei den Kosten haben und nicht bei den Rohstoffen haben, sondern bei Wissen, Innovation. Das heißt, ich muss in bestimmten Bereichen, das muss gar nicht flächendeckend sein, ich muss mich in bestimmten Bereichen spezialisieren und technologisch, innovativ, organisatorisch zu dem Besten der Welt gehören. Dann habe ich eine Chance, in diesen Bereichen globale Wettbewerbsvorteile zu erziehen und hierfür spezialisiert meine Produkte in der Welt abzusetzen. Innovation ist ein Rohstoff, der überall auf der Welt gefragt ist. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Nicht nur Waren werden global gehandelt, selbst Dienstleistungen werden über Grenzen hinweg ausgetauscht. In der deutschen Hauptstadt wird dies besonders deutlich. Die Wäsche der großen Berliner Hotels wird längst nicht mehr in der Wäscherei um die Ecke gereinigt. Selbst die exklusivsten Hotels versuchen Kosten zu senken, um den Gewinn zu steigern. Der Appell ans ökologische Gewissen der Gäste entlastet die Umwelt und spart bares Geld. Wer in den Luxushotels am Potsdamer Platz übernachtet, bekommt jeden Tag frische Wäsche. Handtücher und Bettwäsche werden täglich nach Polen transportiert und dort in einer Großwäscherei gewaschen. Das spart 10 Cent pro Hotelzimmer. Kann das nachhaltig und umweltschonend sein? Im Monat kommen bei 8000 belegten Zimmern allein im Grand Hyatt 60 Tonnen Wäsche zusammen. Die Sattelschlepper der Firma Fliegel transportieren jeden Tag 40 Tonnen schmutzige Wäsche aus Berlin nach Polen und zurück. Die Großwäscherei ist zum Marktführer in Berlin geworden. Wir verfolgen den Weg der Hotelwäsche von Berlin bis ins 145 Kilometer entfernte polnische Grifino. Alle 90 Minuten kommt ein Sattelschlepper auf dem Hof der Fliegelwäscherei in Polen an. Tag für Tag, rund um die Uhr. Die Wäscherei liegt in der Nachbarschaft des größten Kohlekraftwerks in der Region Stettin. Der Dampfdruck aus dem Kraftwerk ist ideal für eine moderne Wäscherei und kostet einen Bruchteil dessen, was er in Deutschland kosten würde. Vor 20 Jahren haben die günstigen Lohn- und Energiekosten in Polen dabei geholfen, die modernste Großwäscherei im Berliner Umland aufzubauen. Die Deutschen investieren konsequent in die neueste Technologie. Hier ist keine Waschstraße älter als zwei Jahre. Früher verbrauchte eine Großwäscherei 20 bis 25 Liter Wasser pro Kilogramm Wäsche. Heute sind es 5,5 Liter Wasser pro Kilogramm. Tendenz weiter fallend. Moderne Technologie drückt die Kosten nicht nur beim Wasserverbrauch. Die Wäscherei ist aus Sicht des Geschäftsführers Franz-Josef Wiesemann eine Erfolgsgeschichte der globalisierten Dienstleistungen. Schon gibt es Pläne, eine weitere Großwäscherei an der Ostsee zu bauen. Die Luxushotels von Rostock und Warnemünde lassen auch ihre Wäsche bei Fliegel waschen. Doch Polen ist längst kein Billiglohnland mehr. Insgesamt sind die Löhne deutlich gestiegen. Wir haben hier angepasst an Inflationsraten, Lohnsteigerungen zwischen 5 und 8 Prozent pro Jahr. Der Mindestlohn steigt hier fast um 10 Prozent jedes Jahr. Das heißt also, wir sind da auf einem Weg der Globalisierung, der Anpassung, der ist nicht aufzuhalten. Dazu kommt, dass unsere Ware auch nur eine gewisse Kilometer Leistung verträgt. Und irgendwo ist für uns da so bei 200 Kilometer Schluss. Da kann man das nicht mehr wirtschaftlich betreiben, dann wird der Transportkostenanteil am Endprodukt einfach zu hoch. Deshalb soll die neue Wäscherei an der Ostseeküste auf der deutschen Seite der Grenze gebaut werden. Das Unternehmen kehrt nach Deutschland zurück, weil heute Spritkosten und CO2-Bilanz eines Produktes oder einer Dienstleistung in der Wirtschaftlichkeitsanalyse immer wichtiger werden. Durch die polnische Konkurrenz wurden im Berliner Wäschereihandwerk das Lohnniveau und die Sozialstandards gesenkt. Das Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen in Wäschereien ist in Ostdeutschland abgeschafft. Globalisierung gibt es nicht nur bei Dienstleistungen, sondern auch der Lebensmittelproduktion. Auch hier ist die Nähe zum Verbraucher ein entscheidender Faktor. Während Europa mit einem Überangebot an Nahrung kämpft, verdirbt ein Großteil der Nahrungsmittel in Entwicklungsländern schon auf langen Transportwegen. Dabei wollen immer mehr Mäuler gestopft werden. 2011 gibt es bereits sieben Milliarden Erdenbürger und der Hunger ist immer noch weit verbreitet. 2050 werden dann schätzungsweise neun Milliarden Menschen auf der Erde leben, mehr als 70 Prozent davon in immer größeren Städten. Eine neue Bewegung von Stadtfarmern hat sich zum Ziel gesetzt, die wachsende Menschheit in Zukunft trotz Landknappheit zu ernähren. Und zwar mitten in der Großstadt. Damit der Weg vom Erzeuger zum Verbraucher möglichst kurz ist. In der Schweiz, weit weg von Hunger und Mega-Cities, beschäftigen sich Wissenschaftler schon länger mit dem Welternährungsproblem. Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ist bekannt für unorthodoxe Lösungsansätze. Andreas Graber und Roman Gauss sollen die Forschungsergebnisse der Hochschule als sogenannte Urban Farmers, Stadtbauern, kommerzialisieren. Ihre Vision? Landwirtschaft und Fischzucht mitten in der Stadt. Auf Flachdächern oder ungenutzten Brachflächen wie Hinterhöfen oder Parkplätzen. Nachhaltig, ökologisch und nach ein paar Jahren sogar gewinnbringend. An der Hochschule haben Andreas Graber und sein Team von Biologen jahrelang mit Zander, Karpfen und sogar Regenbogenforellen experimentiert. Immer weiter haben sie die Kombination von Aquakultur und Hydrokultur optimiert. Das ist eben genau diese Synergie. Wir ernähren nicht nur die Pflanzen mit diesem Wasser, sondern die Pflanzen.